Dieses Video wurde von mir, dem Sexy Julija Fanatiker erstellt und auf meinem YouTube-Kanal abgelödet. Die Video-Ausschnitte, die von mir verwendet wurden, sind aus dem Video, Iron Man 3 Parodie, vom YouTube-Kanal die Außenseite. Den Beat habe ich aus dem Video, Party Rock Instrumental vom YouTube-Kanal 5XL Music. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Anschauen des Videos. Wenn ihr kein Spaß beim Anschauen habt, keine Sorge, das Video wird bestimmt nicht mein letztes sein. Gefällt dir das Video jedoch, dann kannst du ja die YouTube-Kanäle, die Außenseite, Sexy Julija Offizial und 5XL Music abonnieren. Denn ohne die Personen dieser Kanäle, hätte ich dieses Video gar nicht erst machen können. Und hört bloß damit auf, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.